Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial am heutigen Mittwochnachmittag. Ja, die Trockenheit, sie ist nicht weg, sie ist weiterhin in Deutschland stark vertreten. Zwar gab es in der vergangenen Woche mal Niederschläge, aber die waren lokal sehr unterschiedlich und sie konnten die extreme Dürre in vielen Landesteilen einfach nicht beenden. Jetzt gibt es Richtung Sonntag und auch vor allen Dingen am Montag lokal kräftige Regenfälle, aber auch zum Teil Schneefälle und vielleicht können die ja etwas gegen die Trockenheit nochmal ausrichten. Doch bis es soweit ist, da bleibt die Dürre bei uns weiterhin stark ausgeprägt. Ja, mal der Blick auf den aktuellen Dürremonitor, hier die Karte vom vergangenen Montag, also von vorgestern. Sie zeigt wieder einmal die Trockenheit bis in 25 Zentimeter Bodentiefe und wir sehen vor allen Dingen hier im Westen und auch im Südwesten eine außergewöhnliche Dürre, also eine große, große Trockenheit. Auch im Osten viele Bereiche und im Norden, die sehr trocken sind in den obersten Bodenschichten. Nun der Sprung auf die Karte, die die Trockenheit bis in 1,8 Meter Tiefe zeigt, also bis in die tieferen Bodenschichten. Wir sehen, hier ist besonders der Osten stark betroffen und auch der Süden. Hier gibt es bis in die tiefen Bodenschichten eine große Trockenheit. Ich weiß, die Karte sorgt manchmal für Kontroversen, aber sie wurden nach wissenschaftlichen Standards erstellt. Und wer weitere Fragen hat hier unten, findet ihr den Quellenhinweis. Ja, wie geht es nun weiter in den kommenden Tagen? Schauen wir uns mal die Niederschlagsummen bis zum Samstag an und wir sehen, da fällt in weiten Landesteilen nichts vom Himmel. Es bleibt trocken, nur hier im äußersten Südwesten, da ist vielleicht mal ein kleiner Schauer möglich und hier können, wenn es gut läuft, nochmal 5 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen. Aber bis Dienstag, da kann dann schon stellenweise etwas vom Himmel kommen. Vor allen Dingen in einem Streifen von Baden-Württemberg bis rüber nach Bayern, da wo sich die Luftmassengrenze befindet am Montag, da kann es starken Regen, aber auch in mittleren und höheren Lagen Schneefall geben. Und insgesamt müssen wir hier mit bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter rechnen. Aber wir sehen nördlich davon, da fällt schon wieder sehr, sehr wenig Niederschlag. Im Norden, auch teilweise im Osten und hier im Westen, da bekommt man von diesen großen Regensummen kaum etwas ab. Nur hier am Alpenrand, da kann es auch nochmal bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter geben. Hier mal noch der Niederschlagstrend für Stuttgart in Süddeutschland. Und wir sehen, die nächsten Tage bleiben erstmal weiterhin trocken. Am Samstag mal ein kurzer Schauer, ein bisschen Regen, aber doch deutlich unter 5 Liter Regen pro Quadratmeter. Nasser könnte es dann am Sonntag und am Montag werden. Dann liegt quasi die Luftmassengrenze dort direkt über der Region, dann insgesamt über 25 Liter Regen pro Quadratmeter. Da könnte es dort mal so richtig nass werden. Ja und hier nochmal der Blick auf den aktuellen Monatstrend für den Monat Mai in Sachen Trockenheit. Berechnet nach dem amerikanischen Wettermodell. Und das amerikanische Wettermodell sieht genau über Deutschland einen Dürreklex. Das heißt weiterhin in vielen Regionen Deutschlands in diesem Mai zu wenig Regen. Die große Trockenheit soll also nach diesem Trend erstmal weitergehen. Ja das war es vom Wetter hier bei wetter.net und wem es gefallen hat, der lässt bitte einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen sonnigen Mittwoch.